... 180 kmh Da kommst du jetzt, kannst du langsam beschleunigen Das sieht klein aus, muss ich sagen, aber ich kann nicht so durchgehen Kommt hier mit der Stabilität ein bisschen ganz klar Gut? Ja, das ist doch gut, aber guck mal, wieder vorbei Guck mal, dass ich ein bisschen runterkomme Ich bin ein Mario zu machen So, der kommt, ne? Von links, von hier aus Yes! Das war sehr schön, ja, das hat gut getastet Noch einmal? Ja, das ist so schön Noch einmal? Ja, der ist noch gut Ja, er ist noch mal heriher Das ist toll Das ist glaube ich auch noch was Ich hast auch noch was Ja Gucken wir mal rein nach Okay Gut, dann werde ich jetzt mal Klappen reinmachen Also macht da hinten und packt da nochmal eine Runde, die Sekunde ist so langsam. Also macht da hinten und packt da nochmal eine Runde, die Sekunde ist so langsam.